ja es geht weiter mit facken judo mit mir und dem rené das war und er war schon in der letzte folge dabei und wir wollen uns heute mit den ausrätten treffen ich bin gerade ein bisschen dafür die töten wir haben eine waffe mitgebracht die dieser heiligen aufgabe angemessen ist bitte sie in betracht die auswählten werden die helfen nun folge mir ich glaube die nehmen auch die im bogen im bogen der auswählten ich will mein eigen nehmen die wird nicht wir sind auswählte nehmen den bogen der auswählten stimmts immer aus der reihe sichere sicher du stirbst vor macht wir kommen wir machen das leise boom boom da haben wir doch nummer eins nummer zwei einen und den nächsten jawoll ja schön der war noch nicht mal mit ziel der war einfach drauf das ist nicht die flamme von ihnen hier liegen auch wieder sechs teile ja ich bin voll komm bestimmt werde ich vielleicht um die ecke da hinten ist schon einer wo bist du? boah gehst anders rum gehst falsch rum ja ich komm nicht hoch weil die treppe irgendwie nicht defekt ist ne du musst zu mir kommen hm ich bin den weg schon hart am freiräumen bis dieser dann ist es nicht aber die 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 Pass auf, geh in Deckung. Weiter wie bis hier bin ich noch nicht gekommen. Sein Brief. Hast du deinen Bogen? Das ist nicht dein Bogen. Klar hab ich mal einen Bogen. Ab zum Mikro Besuch. Du wirst entdeckt. Du wirst entdeckt. Ja du, wir wurden angefangen, dass mein Partner wurde entdeckt. Ja wir wurden beide noch nicht entdeckt. Danke. Ich hab drei jetzt mittlerweile, drei Rad Zahnräder. Hier ist eine vier. Ich soll mich irgendwann in Ruhe noch die Zahnräder halten. Warte mal, sind die alle hier? Hier sind noch ein Sack, Säckchen. Hm. Hier oben ist noch einer. Eines fehlt noch. Eines fehlt noch. Oder hab ich es alle sechs? Stimmt hast du sie alle. Naja, ich glaube nicht. Ich hab ja fünf. Nein, hab ich nicht. Und das letzte liegt hier. Warte mal. Jetzt haben wir einen Markerpunkt irgendwo. Das ist ein Wunder, dass wir so weit gekommen sind. Hier ist ein Sünderin. Habe ich kein Markerpunkt? Wo liegt das? Da wo der Markerpunkt eigentlich ist. Da. Das ist die Markierung, dass hier welche liegen. Ja ja, aber es liegt ja ab wie vor hier noch welche. Eins. Da hab ich fünf. Ja wir machen sofort weiter. Ich muss nur ganz kurz noch was finden. Diese Fremde ist wirklich was besonderes. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon mit hin. Ja ja, das Suchen in New Dawn. Ja. Das ist doch jetzt markiert. Wunderbar. Außer der steht hier noch. Bei mir steht der hier noch. Siehst du den noch? Echt? Der hier, der auf dem Boden liegt? Ne der hier. Welcher? Ah hier ist das letzte Reiz. Hier ist auch das letzte Zahnrad. Habt alle. Ich bring euch mal was mit. Geht, dann hältst du hier vorher schon. Hahaha. Ne, jetzt hab ich den aufnehmen können. Ich hab das geliebt in der Mafia. Die Typen wegzuwerfen. Zu den Krokodilen und so. Gut. Dann haben wir alles. Dann haben wir das. Und dann geht's weiter. Dann drehen wir mit dem Dude hier. Du bist nicht von hier. Und du bist deine Sünderin. Ich erkenne dich erst dann, wenn Joseph dich anerkennt. Ich sag dir was als nächstes kommt. Weiter können wir dich nicht bringen. Du musst allein in die Höhle hinabsteigen und die Flamme entzünden. Die Kammer wurde geflutet und die Rohre versiegelt. In diesen Rohren befindet sich das Bliss, das die heilige Flamme nährt. Lass das Wasser ab und zerstöre anschließend die Rohre, um das Bliss freizusetzen. Entzünde das Bliss, dann kann die Flamme der Gerechtigkeit wieder brennen. Und sei vorsichtig, sonst verschlingt sie dich. Geh Sünderin, mit unserem Segen und unserer Hoffnung. So, dann müssen wir jetzt runter. Okay. Okay. Lass das Wasser abschlafen. Okay. Hm. Da hinten ist was. Jawoll. Stirmrad. Oh. Yeah. Ja. Wo ist es gleich gemütlich, der Johanna, wa? Ja. Wo bleibt mir die Pfeiler raus da? Ich zerstöre die Blitzrohre. Du siehst irgendwie auf der Karte, ich sehe sie nämlich nicht. Ja. Ja. Das war grad direkt vor uns. Das Bissere. Ja, das erste. Von denen. Auch. Ja. Hier ist Nummer 2. Ja. 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 Ein Blitz. Oh da. Es da bestimmt was zu kommen. müssen raus ja ich bin nicht da mehr raus gekommen ja ich habe nicht ich lasse dich zurück im blitz egal falls mir das mal passieren sollte lasst mich zurück im blitz ich komme nicht hoch wieder da bin ich doch ich bin jetzt bin ich gestorben quasi egal und sterb ich halt ich was drauf dann gehe schon mal raus ich komme zu dir ja ich bin dabei das Problem ist dass die ganze Höhle ist voller blöds ist nicht weiter egal immer hoch jetzt rüber 7 Sekunden 5 4 3 2 1 und raus jetzt kannst du ich entzünde das blitz komme dem feuer ich bin gestorben ich habe gerade das letzte ding gezündet wir haben die flamme jeden zinsendet gut dann kommt man den typen noch Sünderin oder vielleicht auch nicht der Vater wird wissen wie wir dich nennen sollen nicht einmal Ethan hat das geschafft du musst diejenige sein die Josephs Prophezeiung erfüllen wird du musst zu Ethan zurückkehren und weitere Anweisungen abwarten aber seid ihr sicher dass du uns neue Hoffnung gegeben hast alle in New Eden werden erfreut sein ich bin die Hand Gottes ich bin die Hand Gottes Jedems Feuer abgeschlossen die gerechten siegen immer die nächste Mission ist da oben ja was also wir müssen wieder da hoch ich muss vor allem nach einem anderen Bogen holen die krassen bitches da ist mein Baby mein verdammt hab ich dir mit der falschen Waffe getauscht ähh so jetzt so jetzt ich finde noch zwei zwei Punkte dann kann ich meinen letzten Tag skillen und dann bin ich fertig achso jetzt haben wir dann mal wieder einen Außenpass in der nächsten Fall ja ich würde jetzt noch mal die Mission machen oder nicht ich hab mir noch ein bisschen Luft oder ich weiß nicht wie lange wir jetzt gerade gemacht haben tatsächlich weil da oben ist nämlich die nächste ja gut wir können die eigentlich erst noch abgeben gehen mhm so blitz zum Morgengrauen waaay Wortspiel mhm dann kannst du doch endlich mal meinen Unicorn anzugern ziehen wenn wir das geschafft haben ja haha da warten unsere Fans doch noch drauf den Unicorn anzug oder Leute haha ja dann äh hol mal ein Auto dann brauchen wir dann können wir mich ich finde die Iron Man äh die Int Gate gar nicht so schlimm die Iron Man sind auch nicht so schlimm die haben es voll nicht drauf die Iron Man nur noch einen Haufen stumpfer Volltrottel ja warte mal das war keine Absicht warte mal das war keine Absicht warte mal warte mal ich wollte eigentlich tatsächlich nur einschreien nicht sabotieren nicht sabotieren guten Abend mhm und wir sind hier öfters hier in der Gegend okay wir wollen sich anständig unterhalten ich kann gerne das Radio etwas machen ja ne 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 so 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 Vielen Dank. Es wäre eine Vorratslieferung. Es ist eine Vorratslieferung. Warum weißt du den? Nee. Unsere Krauer brennt irgendwie so ein bisschen. Ach macht nix. Hier gibt es wieder... Dings für den Deck. Vier Stück. Ja. Hier. Federn. Federn? Federn sind gut. Da oben. Ich bin wieder Apple, Erika. Oh! Da war ein Highwayman. Mhm. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich hab's alle. Oh, du bist ganz so anders wie ich. Ja, ich weiß. Ich sag dir ja, dass ich ein bisschen weiter reingegangen bin, um die Feder zu suchen. Ich bin... Ich bin... Bei Zahnrädern bin ich. Du musst mal gerade ganz kurz hierher kommen oder zumindest. Ich komm auch. Ich bin unterwegs. Ich will auch Federn haben. So, wo sind die Federn? Eins, zwei, einer hintermau zu einem vorm Haus. Eins. Eins. Eine ist hier hinter noch. Irgendwo. So ein Rucksack. Das... Hier ist noch eine Feder. Und jede Menge noch eine. ich habe es alle hier ist eine hier muss sie noch sein und hier ist eine wemung getrickautomaten gut Gut, dann haben wir alles. Jawoll, verfedernd. Fehler wird immer mangelbar. Oh, ich habe ein Vögelchen erwischt. Echt? Hm? Gerade. Respekt. Was geht hier? Ja, ich habe es ja gesehen. Und zweit ist erwischt. Ja, ich habe auch eins mitgenommen. So. Ja. Ja. Boah, der hat mich umgefahren. Sind wir ja doch nicht die Hauptmütter da machen. Was? Nicht wirklich. Ja, der ist weg. Fuck. Der ist weg. Ich sehe schon, du lässt mich da halb verrecken für ein Passwort. Ja. 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 Das hängt nur noch mitgenommen wie die Haut mitgenommen. Da gibt's wieder zwei z! so dezent egal dass einer rettet dich ich habe genau in dem moment zugeschlagen und ich habe auch dieses von der pause gehört wahrscheinlich hast du den im moment geschlagen und ich habe den pfeil drauf gesetzt sah gut aus meiner sicht ehrlich was da wirklich was der kommt angelaufen und dutzt und da liegt er ich steche den direkt ab so was sollten wir mal lassen hier ob ich die umschuldigen rotze um abzuschießen wollten ja irgendwie eigentlich war das anders geplant tatsächlich deswegen war das da geplant ja aber eigentlich wollte ich dann auch zahnräder farm ich komme mit zahnräder fahren ja leute wie das mal wieder so ist und plant a und endet bei x in einem blauen einhorn kostet ja die sind ja alle drin schön dass du die beladerung überlebt hast ich dachte ich müsste was sagen so hua stinkt hier vorbei habe ich auch noch zweimal geschafft mich einzusteigen so erledigt die ecke hier auch auseinandergenommen und geht voran liebe leute geht voran wir sind immer noch ja gut dann war sowas tatsächlich in der nächsten folge nochmal mit der story mission würde ich sagen hast du was bist du ja im jagen so ein leichten schleiderer typ würde ich hier hinten du solltest du vielleicht du hast entdeckt egal ich bin auch hübscher jung ich könnte mal richtig entdecken da sind sie aber gut am feuer im g oder was ich weiß nicht ich glaube nicht da ist da ist oh ich habe eine überraschung für dich komm mal her wo ich bin ich sehe das schon oh das ist schon ein bisschen Komponenten ja eine oder der eine ok ja so dann würde ich sagen wollen wir trotzdem mal feiern wir sehen uns in der nächsten folge wieder und warte mal kann ich was skillen oder kann ich was noch skillen kann ich auch noch skillen ja ich kann jetzt den teil skillen damit bin ich durch ja genau während ich hier die schaufel ins gesicht bekomme verabschiede ich mich wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ja dann gucken wir mal was wir machen bis dann tschüss